Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute machen wir die Schlittschuh-Challenge. Sie besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist die Geschwindigkeit. Wir messen die Zeit, wer schneller fahren kann. Die zweite Kategorie ist Eiskunstlaufen. Wer die schönere Eiskunstlauf beherrscht. Und die dritte Kategorie ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Soll die dritte Kategorie sein. So, Maxi beginnt nun mit der ersten Runde. Die Schnelllaufdisziplin und los! Kommen wir nun zu der zweiten Kategorie. Und zwar machen wir jetzt Eiskunstlaufen. Und ja, wir haben uns jeder was ausgedacht. Das müssen wir jetzt machen. Und wir haben uns jeder was und wer das Beste hat, könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, der hat gewonnen. Also wer jetzt die schönere Eiskunstlauf hat, gewinnt die zweite Kategorie. Es geht nicht, dass man immer direkt geht. Und dann muss auch mal direkt gehen. Ja, das reicht ja auch. Aber ich hab eben schon. Maxi ist total nass geworden, der ist richtig in eine Pfütze reingefangen. Der Fall hat dazugehört. Ja, es war wirklich eine sehr tolle Performance. Man weiß es nicht. Es fehlt immer das höchste, was man geschafft hat. Go! Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sekunden. Hm? Ja. Ja. 20! Ja, das war unsere heutige Challenge. Wenn ihr kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann klickt doch auf den Abonnieren Button. Ja. 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 Ja.